Kannst du mir noch mal schnell das Ding ausmachen damit? Was denn? Was denn? Das ist okay. Ja, ich weiß. Jetzt. 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 Oh, 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 oh. Der beißt. Da ist der Finger weg. Der hat bald wieder bei der Halt. Oh, wowee. Da habe ich nicht gesehen, wenn ich so. Oh, du hast es geschafft. Der hat bald wieder bei der Halt. Beinah. Beinah. Beinah, ja. Beinah mehr wie der Zürich. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist aber nicht so. Und was für einer ist es denn? Ein Hecht. Das ist ein Hecht, der Specht. Warte mal, ich dreh mich mal so, damit man die Länge sieht. Kann ich den mit dem Arm verlängern? Warte mal, so. Geht das besser? Oh, das ist ein Peich. Das ist auf Deutsch. Guck mal, was der für ein Maul hat. Oh, mein Gott, yes. Au, Haar! Oh, man, meine Beine ist die Nase abgebildet. Aber das sieht schön aus. Guck dir mal an. Der hat ja weiße Punkte. Ja, und der pinkelt so da. Ich hab' lauter Freude. Der armer Hund. Ich glaub, das ist eine Frau. Schon wieder wieder weg. Ja, wir gehen mit ihm weg. Manfred, ich muss ihm jetzt das Armen gehen. Killing. Danke, Andrea. Danke, liebe Andrea. Hallo, die will nicht sagen. Weil das auf Ton ist, sagt sie nie was. Lach mal wenigstens. Ha, ha. Und ich komm' gleich und zieh deine Hose hoch. Ach, muss ich ihn füllen. Ha, 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 ha. Er hat hoffentlich was drunter. Nee. Die rutscht auch nicht. Ach, die rutscht auch nicht, ne, ja. Dann steht er in seiner vollen Schuhe.